Hallo meine Lieben, mein Name ist Michael Merhi, ich bin Autor, Verleger, Buchblogger und Vietnam-Veteran und heute stelle ich euch Jack Ketchum Jagdtrip und ja meine Lieben, dieses Buch ist wirklich, wirklich miserabel, will ich mal sagen nicht mal scheiße, weil scheiße riecht ja und das hier ist einfach miserabel ich konnte es nicht glauben, aber wenn man sich das Impressum anguckt das Buch ist aus den Jahren 1987, also ganze sieben Jahre, nachdem er Beutezeit geschrieben hat und da fragt man sich, das habe ich ja auch schon in den anderen Videos von mir immer wieder mal gesagt dieser Mann bringt mich in den Wahnsinn, ich liebe ihn und ich hasse ihn manchmal er schreibt einen Knaller, einen Klassiker wie Beutezeit, Evil, Blutrot, Wahnsinn und dann schreibt er zwischendurch immer wieder mal Kappbücher, wo ich denke, warum, warum schreibt er das und warum wird es veröffentlicht? naja, das Buch an sich behandelt doch ein ganz krasses Thema und zwar das Thema von Kriegsveteranen und der Herr Jack Ketchum hat auch ein ganz tolles Vorwort in dem er beschreibt, wie er an dem Buch rangegangen ist und wie viel er recherchiert hat und da denkt man, das Buch wird so richtig klasse sein aber dem ist nicht so Klappentext Der Soldat hat den Krieg überlebt doch die Erinnerungen verfolgen ihn Tag und Nacht er meidet seine Mitmenschen er weiß, dass er für sie zur Gefahr werden kann eine Gruppe von Campern packt ihre Sachen für ein Wochenende in den Wäldern Angelausrüstung, Kameras, Schwimmsachen, Gewehre vielleicht haben sie Glück und stoßen auf Welt ein Knacken im Unterholz der Soldat hält inne und lauscht dann hört er Stimme und der Krieg hat ihn wieder klingt wahnsinnig interessant es erinnert mich auch an das Romanvorlage von ach Gott, mir fällt gerade der Name nicht ein aber die Ursprungsversion von Rambo die auch so krasses Thema von Vietnam hat und dieses Buch handelt von einem Mann der aus dem Krieg zurückkommt und wahnsinnige Probleme hat sich einzugliedern weil er einfach von diesen abscheulichen Bildern verfolgt wird und dann kurzerhand sich entschließt in den Wäldern zu leben mit seiner Frau und klingt wirklich hochbrisant dieses Thema und dann auch eine meiner Lieblingsstellen aus dem Buch und leider ist es aber nur auf Seite 25 weil danach wird dieses Buch nie wieder so gut ich lese mal kurz ohne freundliche Genehmigung des Hardcore-Heine-Verlages 9 Jahre das ist seine Frau Alma und sie hat mir wirklich sehr gut gefallen doch liest es selber ihr werdet wahrscheinlich auch zu dem gleichen Urteil kommen oder auch nicht 9 Jahre, dachte sie 9 Jahre und er lächelt immer noch nicht lacht nicht und seit 5 Jahren haben wir ein gemeinsames Kind Lee Junior das klug ist und blond und stark aber er nennt ihn nicht beim Namen für ihn ist er nur der Junge sein einziger Sohn und jetzt muss ich ihn wieder wegschicken meinen einzigen Trost hier draußen weil sein Vater erneut von der Vergangenheit eingeholt wird ich spüre wie er auf dem Hochseil balanciert wie Wut und Frusperation sich in ihm aufstauen und seinem ständig stärker werdenden Verfolgungswahn der es ihm immer schwerer macht lieb zu uns zu sein und ich weiß dass er einen wehtun kann einem hier draußen sehr wehtun kann und jetzt kommt noch eins noch ein Kind in 7 Monaten ist es soweit ich wollte ein Mädchen was wenn er es wüsste würde er sich freuen ich glaube nicht er kann das gar nicht sich freuen es wäre nur etwas Neues was ihm Angst einjagt wieder eine Chance für die Welt ihn hier in seinem Versteck in der Wildnis aufzuspüren und zu verletzen ein weiterer Grund warum man ihn von hier verschleppen könnte also weiß er es nicht so schön geschrieben so psychologisch so tief äh sinnig ja und dann verliert sich dieses Buch in Banalitäten und der läuft durch den Wald und versteckt sich im Wald und dann diese Camper äh die wirklich äh versucht war in den einen einen Tiefe zu geben aber das prallt wie Teflon ab die scheiß Charaktere gehen einem auf den Sack vorbei und und der Lee irgendwann mal so nach 50 Seiten interessiert einem auch nicht mehr es wird es wird immer banaler äh die 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 ach es ist weder Horror es ist weder Thriller ich weiß nicht was es ist also dann reicht auch wirklich die Bezeichnung Roman darauf weil man nicht weiß wohin man dieses Buch einordnen soll das Ende wirklich der allerletzte Satz den kann ich leider nicht rauslesen weil das dann doch zu viel des guten Spoiler Manieren sind äh ist geil aber das dazwischen weiß ich nicht äh sagen wir mal 341 Seiten hat das Buch nehmen wir mal die Einleitung von 10-20 Seiten äh und dann äh so die ersten zwei Kapitel sagen wir mal 250 Seiten sind für den Arsch nein meine Lieben das ist schrecklich das kann ich nicht empfehlen aber ich bin ein großer Jack Ketchum Fan ich lese auch jeden Scheiß den er schreiben wird ihr könnt äh sagen was ihr wollt ich bleibe diesem Mann treu aber das Buch ist ja nun doch sehr alt aber neu im Heine Hardcore Verlag erschienen jeder liest es natürlich auf seiner Gefahr hin äh das ist nur meine ganz persönliche Meinung ich finde es scheiße aber äh ja ihr könntet es natürlich toll finden aber schreibt es dann in den Kommentaren abonniert meinen Kanal und ja bis zum nächsten Mal I love you Und Moment oder 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 100% o oder 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 Untertitelung des ZDF, 2020